Heute geht es bei meinem Kunstwerk ans Eingemachte. Ich muss hier noch kurz was regeln. Ich habe gestern schon angefangen, das Bein zu malen. Ich finde es so hässlich. Sieht wirklich nicht gesund aus. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie man mit Öl Haut malt. Eigentlich weiß ich sowieso nicht, wie man mit Öl malt. Ich hätte gern, dass die Haut so aussieht über diesen alten Renaissance-Bildern, wisst ihr? Ich bin ehrlich gesagt, das ist jetzt besser als die andere, oder?